Adrenalin, Schmerzen und Angst, das alles erwartet euch heute in dieser Battle Royale Runde hier bei Yama3 und damit grüße ich euch zu einer neuen Runde. Ja, es wird echt spannend, wie weit kommen wir, wer wird gewinnen und das alles wird an einem sehr, sehr spannenden Kampf entschieden. Ich wünsche euch viel Spaß und haut rein. Was geht los? Halt es. Bist du schon im Flugzeug? Ja, ich bin schon im Flugzeug. Ja, und da laut. Ja, und da laut. Ja, und da laut. Ja, und da laut. Ja, und da ist laut hier. So, jetzt sage ich euch willkommen, Leute, zu einer neuen Runde Battle Royale mit Pillow LP. Oh mein Gott, ich sehe nur Wasser. Mit mir den König und den Pillow. Was denn jetzt? Ich sehe nur Wasser. Oh mein Gott, ja, ich habe auch gerade mal den Fallschirm geöffnet. Weil ich, äh, doch nie. Ich sehe nur Wasser. Wo bist du? Was ist das für ein Quatsch? Ja, ich, ich, ich fliege gerade auf diese ganz, ganz kleine Landzunge da drauf zu. Wo ist denn hier eine Landzunge? Welche Koordinaten hast du auf Tibiers? Äh, 2, 4, 4, 1, 3, 4. Ich bin bei 2, 4, 0 und 1, 3, 8 und 1, 3, 8. Ach, da hinten. Ja, müssen wir, oh mein Gott. Das schaffe ich nicht. Musst du schwimmen. Ach du Scheiße. Ja, Kacke. Ich habe auch eben nur so gedacht, so, hä, alter Schwede, nur Wasser unter mir, was geht denn hier ab? Fünf Tote schon. Was ist denn da los? Ja, es kann vielleicht sein, dass die keinen Bock hatten auf dieses, äh, Rennen auf die Landzunge oder so. Ich weiß ja auch nicht. Oh, ich bin komplett, ich bin komplett in den Gegend gesetzte Richtung gefallen. Fuck, da hinten, die sind, wie können die denn so schnell, so schnell schon unten sein? Ja, wenn die eine schnellere Leitung haben, glaube ich. Also ich glaube, das hat hier mit dem Spawn, wirklich, mit der schnelleren, dass das blöde ist halt, dass du dann direkt da bist, ne, und wenn die erste eine Waffe hat, der knallt doch halt weg. Ja, da hinten ist nämlich schon das erste Häuschen und ich wette mir, dass da drin eine Waffe ist und wenn der da ausreichend Magazin hat, kann der uns gleich alle abmuxen. Alter, es ist so knapp, dass ich auf dieser Landzunge ankomme. Ich komme gar nicht drauf an, glaube ich, ich muss echt schwimmen. Ich hoffe, man stirbt nicht, wenn man schwimmt. Nein. Dann ist das eine kurze Aufnahme bei mir. Ich komme jetzt gerade runter. Und vor mir kam gerade einer runter. Ich glaube, der stirbt jetzt gleich, weil es so schnell war. Ne, doch nicht. So, ich bin jetzt da. Jetzt muss ich mal ein bisschen rennen hier, weil... Okay, gut, anscheinend treffen sich nicht alle an der Landzunge, ne? Sondern manche fliegen schon ein bisschen weiter. Alter, wie packen die das denn? Na, ich bin gleich im Wasser. Ich glaube, die wussten, die kennen den Server schon, deswegen müssen sie in die Richtung, die sich drehen müssen. Aber trotzdem, so weit. Der andere ist ja der... Oh, alter, ich will, ey. Und? Bist du gelandet, ja? Ja, ich versuche gerade hier zu schwimmen. Ich stelle gerade die Sounds ein bisschen bei mir hoch, weil das ja jetzt ein bisschen... Kann ich denn schneller schwimmen? Ich glaube, nicht mit Shift. Kann. Ne, macht er nicht. Hoffentlich gibt es hier keiner Helle oder sowas. Boah, 21 tot schon. Ja, voll krass. Kann los. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, dass ich hier... Ja, genau. Kommst du... Hast Endes Land erreicht und sowieso so eine der letzten, sowieso das Land erreicht. Ja, kann ja sein, dass dann ich der letzte Player bin, weil ich halt hier im Wasser noch rumkommeln bin. Mal, 36 sind nur noch am Leben. Von 50 oder so, ne? Wie sieht denn hier die Map aus? Wo muss ich denn überhaupt hin? Wo müssen wir hin? Oh, da sind noch welche in der Luft. Die sind wahrscheinlich der letzte, der am Land ankommt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Oh, 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 ich glaube, ich bin im roten Gebiet. Ich bin auch im roten Gebiet. Alter Schwede, scheiße. The Red Zone has started checks the map. Ach, fick dich. Ich bin immer noch im Wasser. Ich komme, ich komme, wahrscheinlich sterbe im Wasser. Ich sehe da unten jetzt schon mal zumindest ins Häuser. Ich hoffe. Ach, du bist noch im Fallschirm, oder was? Nein, 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 ich bin schon unten auf dem Land, aber ich laufe gerade auf dem Haus zu. Und ich hoffe mal, dass ich... Ähm, dass da keine Spieler sind. Wo ist denn die rote Zone? Oh, scheiße, ja. Da komme ich noch niemals raus. Das kann man sich übernehmen. Oh, fuck, ja, ich bin den... Alter, ich bin noch in der roten Zone. Ach so, da sind Bomben, die fallen. Ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Also, ich war jetzt eben in einem Haus drin. Warum bin ich nicht getroffen? Ja, ich auch noch nicht. Aber da, wo ich hin schwimme, an die Landzunge, da fallen die Bomben gerade richtig in. Okay, rote Zone ist bei mir jetzt weg. Jetzt ist sie wieder da. Oh, hau, hau, hau. Und ich glaube... Das ist unbeweilig, ey. Dann muss ich wahrscheinlich hier kapen, oder so. Es kann sein, dass ich, ähm, gerade... ...beschossen werde. Alter, da hinten ist immer noch einer im Fallschirm. tatsächlich erwartet wahrscheinlich auch bis auf den letzten moment 29 schon tot und 59 anscheinend der ich muss noch 1,7 kilometer laufen bis ich in dem ungefähr im bereich bin dass ich auch quark ich bin ja im bereich ich bin ich land gegangen ich brauche unbedingt mal eine waffe wir können mal sechs kilometer ach guck mal hier kannst du sogar in die third person gehen so rechtlich ist ja ein regularer server ja aber wie kann ich jetzt zum beispiel was dann schwimmen geht nicht ne ich glaub nicht da unten die tür sieht auch schon noch zu aus oh fuck duck dich da hinten läuft einer mit ner Waffe so wie das aussieht da hinten fällt einer mit dem Boot bräuchte auch jetzt ein Boot ey das sind die nicht abgesoffen ist mein typ muss 2,5 kilometer noch zurücklegen wie sie es der roten zone raus brennt ich muss da runter laufen ich muss nach überresten gucken ach die rote zone hat sich verlagert oh cool ja ja die 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 springt immer so sag ich mal da oben wieder geschossen noch 28 am neben mir cool dann habe ich ja gerade noch glück weil jetzt komme ich gerade an das land an also in an der zogen das 25.000 jahren das ist die blaue leiste ich glaube es ist deine deine ausdauer oder sowas also ich habe ich habe eigentlich keine blaue leiste mehr ich kann seit einem sprinten bin oh mein gott hier ist noch einer ohne Waffe genau wie ich ja aber die kannst du nicht tot prügeln das finde ich ein bisschen doof dass du die nicht einfach verbunden kannst jetzt hat er mir direkt die nase die tür von der nase zugemacht hast du was die ja dann würde ich mal da abhauen ja aber hier gibt es nicht hier gibt es nun keine Häuser mehr verdammte scheiße 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 sieben minuten dann nur im meer schwimmen das ist doch super ich muss mal gucken dass ich hier bis zur grenze sind es noch 3,5 kilometer das heißt ich habe noch genug ach nein die rote zone hat sich wieder hin zu tragisch ich muss nur gucken links von mir der typ hat auch keine waffe aber es ist auch echt weit und breit kein haus zu sehen doch vor mir ist ein haus oh mein gott ist es noch zu ich weiß es nicht ich sehe nur das dach bisher da inne das ist nur gerade zwei jahre ist ein schild oh fuck oh fuck gucken wir mal das tauchen hilft werde ich den explosionen überleben laser pointer und ein schießplatzwerter anzug werde ich es schaffen fick dich das ist mein haus das ist mein haus es gibt viele häuser wie dieses aber das hier ist meins aber es ist leer no vehicle killed no mercy ok und der typ hat es auch gecheckt aber ich bin vor ihm wir laufen jetzt ich vorher vorweg zum nächsten haus ich muss in die first person gehen damit kann da kann ich besser umgehen gut die rote zone hat sich wieder weg geportet ich bin gleich an land habe es gleich geschafft nach zehn minuten ach scheiße das nächste mal weiß ich wo wir wo ich hingucken muss direkt ein falschen zünden ja ich glaube das sind aus dem ist das echt in zehn minuten will die er wird die area wurde dich äh blauer kreis ist ja genau da wo ich bin das ist nicht so schlimm ja ich bin an land ja ich bin an land ach komm ich bin so dicht hinter mir das ist so oh mein gott wenn ich ja das erste waffe krieg bist du schon mal aufgefallen dass wir ein halsband haben ein was ein halsband wer ja du hast ein halsband ja du hast ein halsband ja du hast ein halsband das bist aber nicht du hinter mir oder nee ich bin äh gerade erst am land angekommen kann man hier endlos laufen wird das ich laufe mal Richtung am strand lang ja fuck ich hab hier keine waffe ich hoffe nur eben hier lauert keiner und tötet die die noch ankommen ich hab ihm erstmal die tür zugemacht umstehen also ich von der roten zone weg weg ah waffe bist du jetzt ich bin bei 22,81,37 kann sein dass ich gleich tot bin warum ja weil der typ da immer noch bei mir ist und ich immer noch keine waffe hab oh fuck oh ne hat eine neiiiin ich hab aber auch eine ich hab aber auch eine ne kirche ja du pisser ja boah schreck mich doch nicht so du Lappen ey alter schwede der kommt rein ja will mich abschießen mit seiner handgun trifft mich nicht und ich bin grad am nachladen er trifft mich nur glaub ich einmal und ich pack's aber früher ihn zu killen ja nice also ich bin jetzt bei 22,51,37 ne okay warte mal dann am strand lang mitten im offenen irgendwo gibt gar nichts ich bin bei äh 2,17 und 1,41 1,41 dann muss ich hier längs gelbe kette bei mir grad kurz ne ja mir nicht hier ist ein toter hat der hat der nichts okay wir müssen auch schön looten und den nächsten getötet ja nice schön looten immer ja 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 hast du gesagt 2,17 ähm 2,17 1,41 oh mein gott alter mein adrenalin gell 2,17 2,17 stadt so eine kleine city ja genau 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 ich renne da mal zu der kleinen city hin nämlich gerade auf der hauptstraße ich kann mal gucken wie ich mir die painkillers einpfeifen kann wie geht das noch mal inventar dann so beklekt oder rechtsklick benutzen mit der mittlere maus ich bin echt so dumm wie geht das noch mal ja ich muss mal gucken ob er die zone ist wir müssen in die blaue oder ich muss noch eins und der nächstes tod bist du das ja dass ich habe ich habe geschossen ich habe geschossen ja mit bama 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 ja genau ich bin in der nähe von dir ich habe ich habe den typen mit der mp5 gefunden hier ist eine waffe egal ich habe auch richtig viel waffen bei mir wenigstens eine waffe jetzt du den typen mit der mp5 gekillt kann sein ja hier ist noch einer man hat sogar einen kampfanzug wie cool ist das denn aber wir müssen uns beeilen glaube ich 1,8 bin ich dann 145 da oder sind wir im blauen in dem blauen ja 1,2 1,4 also ich bin bei 22 11 36 also wir sind genau in der mitte vom blauen deswegen kommen so viele leute was brauche ich jetzt dafür 5,56 habe ich noch welche natürlich nicht das ding mit 9 mm wo bist du genau bei welchen koordinaten ich bin wie gesagt bei 217 141 217 ein bisschen noch hier ist überall offenes feld ne normalerweise ist doch news oder sowas weiß ja auch nicht bei 17 01 mit diesem bush plantage ne so schon so ein paar häuschen so ein paar häuschen halt zusammen leute entschuldigt mich und 30 entschuldigt mich gerade dass ich echt nicht weiß wie ich das das zeug das scheiß zeug einnehmen ja aber ich bin es echt nicht so oft das zweite mal oder das dritte mal glaube ich habe es damals schon mal gespielt weil ich weiß aber da war das ganze noch ein bisschen anders und vor meinem häuschen wo ich drin bin liegen glaube ich drei der vier tote ok habe ich mir für marka vielleicht genau auf dich gesetzt bin bei 217 138 wo bist du 217 1 40 dann komme ich jetzt hier noch auf dich zu wie gesagt vor dem häuschen liegen ein paar tote wenn du reinkommst sag mir bitte voll bescheid sonst kann ich dich nämlich ab ja musst du sagen welchen hast du bist da wo die toten davor da muss ich die schädel gestapelt ich nähere mich dieser kleinen siedlung ja genau das ist die jetzt fühlt sich bist du es bist du in so ein backsteinhaus ja also ich renne darauf zu ich renne darauf zu warte ich kann nicht sagen ob der leichen sind ist die tür offen weil hier nein meine ist zu habe es extra zugemacht ok da liegt genau eine leiche vor der tür genau vor der tür ich mache jetzt die tür auf ja alles klar war das deine gut wie gesagt ist genau eine leiche vor meiner tür ich habe die tür zu machen ich habe nämlich hier jetzt einen rucksack habe ich schon mal gefunden hier jetzt gerade ich habe gerade ein bisschen schiss ich bin auch bei 217 1 40 in dieser siedlung ich glaube ich sehe die leichte ich nähere mich an der hütte ja komme vom fenster gegen da aus ja ich mache die tür auf in 3 2 1 ja okay alles genau das ist nicht gelootet doch doch aber das alles andere brauche ich nicht ich kann nicht holz hast du eine handgang ich habe nur die waffen ich kann dem meine hier hinlegen gleich hier eine schutzbrille ich mache gerade mal ein bisschen den ton noch ein bisschen höher tarnweste tarnweste ich höre mir das doch was drin hier haben wir noch munition oh cool was für eine welche welche munition 0.45 acp ah cool dann nimm die mit hier im patronengurt haben wir mp5 magazin erste hilfekasten red ghoul 5,56 mm schuss genau die ich nicht brauche du musst aber in die tasche reingucken du kannst die doppelklick aufmachen ja ja ich weiß du hast aber nichts gelootet hier sei mal ruhig alles ich glaube okay kann auch sein dass du das eben warst und die tür wieder zu ich werfe da mal hier eine handgun hin damit du wenigst eine hast mit harmonie waffe hast du ja cool genau das magazine habe ich gerade auch gefunden ja genau deswegen habe ich eben auch gesagt ja cool vielleicht habe ich zwei magazine ich habe auch noch mp5 magazine ja das heißt warten oder ja kämpfen weil wir echt wirklich mehr oder weniger genau in dem mittel auf der circle sind ich muss unbedingt neun das ist das verkaufen wenn ich muss auf meine art hast du wirklich relativ viel druck ausüben damit da was reagiert gut dann ist das natürlich auch schon fast 20 jahre halt das stimmt allerdings ich würde mir gerne wissen wie viele leute gehen zwei minuten mit der blaue kreis eingeschränkt wird nochmal kleiner ja ich weiß nicht ob das so gut ist ob wir zusammen hier drin sein sollten oder ob wir jeder ein häuschen suchen sollten ja ich weiß nicht wenn du dir natürlich erwischt dann wisch ich ihn auf jeden fall ja das stimmt also gewinnt wenigstens einer von uns beiden und wenn wir als letztes übrig sind dann darfst du mich abschließen ojo passt schon ach jetzt hier auch keinen ich bin mal ich kann mal davon aus dass es dahin geht wo ich meinen marker gesetzt habe weil da ist eine stadt okay wir sind noch im blauen kreis das ist schon mal gut also wenn der kreis immer kleiner wird müsste das ungefähr circa 300 meter von uns entfernt sein 400 meter da müsste dann bei 19 1 40 ich hab uns wir sind wirklich in der mitte vom kreis ja fast fast ja ok und ich bin hierher bin ich gelaufen ja und fünf meter hinter mir ist ein typ auch hinter mir her gelaufen weil er keine waffe hatte und das war der typ der hier direkt vor der tür liegt und er hat die handgang welcher von den drei ja der ja am nächsten 60 sekunden dann wird der blaue kreis kleiner und er hat mich dann versucht mit der handgang zu erschießen ich bin immer hin und her gelaufen in der zeit hat mein charakter nachgeladen und dann konnte ich endlich schießen und habe ihn abgeknallt und er hat mich nur einmal getrunken ja das ist ja wenigstens eine information dass du laufen kannst und nachladen gleichzeitig ja 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 das ist ja bei vielen shootern so dass es nicht geht aber ruhig rechts hörst du das rechts ok und bleiben ja 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 Oh, oh. Alter, wo sind die? Oder der? Links. Entschuld. Du? Ja. Aber ich habe ihn auch getötet. Ach, schade. Naja. Hast du ihn umgekuckt? Bist du noch am Leben? Ich bin noch am Leben, ja. Ja. Ach, schade. Ich habe ihn auch gekillt. Wir haben uns gegenseitig umgebracht. Naja. Passiert, passiert. Ich lebe echt noch. Also, war wohl allein, ne? Ja, aber das nervt mich, dass ich, dass es, dass es, ich habe die stärkere Waffe und er hat mich trotzdem mitgerissen. Und du hast auch vorher schon draufgeballert auf ihn, deswegen verstehe ich das auch nicht. Ja. 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 Boah, ich muss hier mal raus. Ich kriege ja ein paar Gas, ey. Und die ganzen Leichen. Wie sehr tote Menschen. Ich gehe mal ins Nachbargebäude rein. Da ist ein Auto. Das ist das Auto, was gerade kam, ne? Deswegen, da waren zwei Leute, definitiv. Definitiv zwei Leute. Hm. Es kann aber auch sein, dass einer von den zwei Leuten der war, der bei uns reingestürmt ist. Aber der war auch irgendwie dumm, ne? Ich hätte erst in die Fenster geguckt, bevor ich, äh, reingehe. Ja. Richtig. Na, ich mache wohl mal was zu essen. Ok. Okay. Wo bist du? Na komm. Wo ist die? Willst du mich verarschen? Die Tür zu. Oh Mann, scheiße Leute ey. Das wird echt knapp. Ich weiß auch gerade nicht wie viele Leute wir noch sind. Yep, Player. Spieler da. Wir sind noch ein Arsch von Leuten. Das wird nichts. Das wird nichts. Ich bin wieder da. Okay. Alles klar, ich bin noch am Leben. Kaum zu glauben, aber wahr. Ich bin wieder. Ich bin nicht mehr viel Minuten über, ey. Ich weiß noch nicht, wo die anderen sind. Naja, so lange im blauen Kreis bleibs. Ja, klar. Okay, ich war in den Auto. Wo fährt der lang? Der hält da vorne, oder? Ja, da vorne hält einer. Wo gehst du hin? Wo bist du? Boah, der geht direkt der Adrenalin wieder hoch. Der merkt sich direkt den Puls wieder. Wo bist du? Okay, er ist wieder ins Auto gestiegen. Er fällt weiter. Er fällt wieder weg. Sehr geil. Ich hoffe mal, dass er jetzt hier keinen Kollegen abgeladen hat. Doch. Er hat einen Kollegen hier abgeladen. Jawohl. Bam. Hast du weggeklatscht? Ja, klar. Ich will aber die Waffe wechseln, ey. Und nimm auch die, die ich hatte. Ich hoffe, du hast mich schön gelootet. Ich hatte Medikette dabei. Muss ich nochmal zu dir. Und ich hatte was zu trinken dabei, was auch deine Energie auffrischt. Ich glaube, du wurdest schon ausgelootet, das ist ja nicht so schlimm, aber ich muss jetzt mal gerade den Typen jetzt noch auslooten. Und immer in die Taschen doppelt mitmachen, ne? Ja, 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 ja. Und ich habe mich nicht so schlimm, weil ich mich nicht so schlimm, weil ich mich nicht so schlimm. Oh So Jetzt wo ich einen SS-Hilfe-Kasten habe, kann ich auch endlich mal einen SS-Hilfe-Kasten verwenden Oh mein Gott, ey Okay, ich bin ganz knapp an der Restricted Area Ich muss mal die andere Waffe rausholen, ich hab da jetzt nicht weggeschnappt Na gut Ich bin ein schönes Sniper oder sowas ähnliches, ich weiß nicht, was das für eine ist Ah, da unten steht das rote Auto Okay, da unten wird geschossen Ja, dann kill den der wenigsten APJ Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich seh da ein Auto So Das bist du nicht, glaube ich, oder? Ja, ich glaube erstmal hier so stehen Mann, 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 ich glaube ich bin noch nie so weit gekommen Alter Alter Hätte der Hammer wenn ich das gewinnen würde Ich habe mich geopfert, damit du leben kannst Ja, aber echt, wie du wieder so total Das Pech hattest, dass der reingekommen ist und erst mal direkt auf dich gegangen ist Ja, ich hatte auch nicht gecheckt, dass die Waffe Einzelschüsse abfeuert Achso Tja Tja Gehe ich denn da jetzt in Zwei Minuten Schrumpf der Kreis schon wieder Ich werde hintermal hinter dem Stein verkriechen Ich sehe den aber auch nicht, ne? Ich nehme den Oh Ah Da unten ist er. Jawoll! Und der nächste ist tot. Aus der Ferne mit dieser Autosniper. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss in die Blauzone. Die Freude ist ja... Okay, ich muss hier gerade ein bisschen durch halboffenes Feld laufen. Und der nächste ist tot! Was ist mit dir los, Leute? Alter Schwede! Lass mal die Waffe wechseln. Ich glaube wieder auf die. Okay, da wurde wieder einer getötet. Da habe ich nichts zu tun. Die letzten drei sind da. Die letzten drei. Wo ist denn der jetzt von eben? Wo bist du? Okay, die Area ist wieder kleiner geworden. Fuck, 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 ey. Wie viele leben denn noch? Drei Leute. Drei verfickte Leute, ey. Oh Mann. Wo ist einer von euch? Ich bin in der Zone. Wo seid ihr? Fuck. Fuck. Nein. Nein. Ich bin tot. Von irgendwo wurde ich erschossen. Oh Mann. Scheiße. Von rechts. Oh fuck, ey. Was ein Durchmarsch, ey. Ah. Scheiße. Okay, Leute. Sorry, da ich nicht so viel gelabert habe. Ihr habt gesehen, das war echt mal richtig aus und von mir. Ich bedanke euch für's Zuschauen trotzdem und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tüdelü. 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 Tüdelü.